Hallo Mo, das hier ist ein Video über das Abendlied von Rheinberger und zwar geht es um den Tenor 2. Wir starten gleich, ihr kriegt euren Ton und dann spiele ich den ersten Takt von Sopran und Alt vorweg und dann setzt ihr im zweiten Takt ein. Das ist euer Startton. 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Danke. 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Bis zum nächsten Mal. Tschüss!